Man muss es brennen, egal für welchen Sport. Man muss die Leidenschaft für das, was man macht. Man muss es wollen. Und dann ist eigentlich alles möglich. Ich habe die Leidenschaft und die Liebe für meinen Sport. Und ich bin unglaublich perfektionistisch, was in meinem Sport sehr wichtig ist. Meine Schwester hat mich zu meinem Erfolg gebracht und ich werde sie auf ihrem Weg begleiten. Sieh mich auf meinem. Das macht uns zu einem kleinen Dreamteam. Es war mein erstes internationales Jahr, als ich bei den Junioren Weltmeisterin geworden bin und noch im Team zwei Medaillen hergenommen habe. Als Ausgleich zwischen Schule und Sport spiele ich gerne Klavier und Gitarre. Die Musik macht mir unglaublich Freude. Und alles polysportiv. Ich gehe bis heute noch gerne schwimmen und tanzen. Das ist mein Ausgleich zwischen den zwei Welten, in denen ich leben darf. Die Nomination für einen Sporthilfenachwuchspreis ist mir unglaublich wichtig. Und es hat mich unglaublich gefreut, dass ich für das nominiert wurde. Ich weiss, dass dieser Preis nicht nur für mich, sondern für meine ganze Nation, für das Sportschiessen sehr wichtig wäre und uns gleich voranbringen könnte. Und deswegen würde es mich unglaublich freuen, wenn ihr alle hier aussen für mich wolltet, dass ich nicht nur für mich, sondern für mein Team etwas bewirke. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss.